Aber mit Musik kenne ich mich aus. Wir kommen zu unserem nächsten Künstler, der hat schon beim berühmten Live Aid Konzert in London gespielt. Im Nachhinein hat er zugegeben, dass er ein bisschen nervös war. Es haben nämlich zwei Milliarden Menschen am Fernsehschirm zugesehen. Heute kann nicht passieren, dass es nur eine Milliarde ist, aber das würde ich billigend in Kauf nehmen. Und das wäre ja nicht schlecht. Wouldn't it be good? Hier ist Nick Körscher. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.